Aachen. Aachen, 3.8.1987. Aachen ist eine Stadt mit langer Geschichte und Tradition. Heute ist die Stadt weitgehend bekannt wegen der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule, kurz RWTH Aachen, einer Universität, an der neben Medizin- und Naturwissenschaften insbesondere deutsche Ingenieurwissenschaften gelehrt werden. Maschinenbau und Elektrotechnik sind die beiden Hauptdisziplinen, die weltweit bestens reputiert sind. Studenten aus aller Herren Länder kommen hierher, um deutsche Ingenieurskunst zu lernen. Die kleine philosophische Fakultät hingegen scheint wie ein geisteswissenschaftliches Feigenblatt die nüchterne, diesseits bezogene Welt der Ingenieure mit ihrem Angebot bereichern zu wollen. Ende der 80er Jahre machte tatsächlich ein Wort unter den Studenten die Runde, dass unter den Philosophen und unter den Elektrotechnikern die höchste Selbstmordrate zu beklagen sei. Bei den Elektrotechnikern lag dies an den extrem hohen Anforderungen des Studiums. Bei den Philosophen hingegen sei den nüchternen Ingenieuren plötzlich die erschreckende Sinn- und Bedeutungslosigkeit des diesseitigen Lebens klar geworden. Vielleicht hätte man die Ingenieure doch besser in den berechenbaren Zusammenhängen ihrer Disziplin belassen. Aus dem Mittelalter verfügt Aachen über mehrere konzentrische Straßen, die sogenannten Ringe. Sie führten früher außerhalb der Stadtmauern um die Stadt herum, markieren aber heute noch deren Verlauf, obwohl von der Mauer nur noch Fragmente übrig sind. In der Mitte dieser Ringe befindet sich der Aachener Marktplatz. Er wird dominiert von der großen gotischen Fassade des Rathauses aus dem 14. Jahrhundert, in dem jedes Jahr an verdiente Politiker und Intellektuelle der sogenannte Karlspreis vergeben wird. Hinter dem Rathaus befindet sich der Katschhof und an der dem Rathaus gegenüberliegenden Kopfseite des Katschhofs befindet sich der ebenfalls weltbekannte Aachener Dom, Wahrzeichen Aachens und Bischofskirche, deren Wurzeln bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen und dessen Grundstein Karl der Große höchstpersönlich legte. Der Aachener Marktplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Studenten, die hier an Sommerabenden zu Hunderten auf ein Bierchen zusammenkommen. Auch der ein oder andere Gaukler oder Straßenmusiker mischt sich gerne unter die Menge und so ist der Marktplatz einer der Hotspots der Altstadt Aachens. Der Katschhof wirkt dagegen etwas vernachlässigt. Kaum jemand verehrt sich auf dem Platz, da die nahe Fußgängerzone einlädt, den Platz zu umgehen. Dem oberflächlichen Besucher Aachens zeigt sich der Katschhof nur dann, wenn er den Aachener Domschatz besichtigen will, der in einem der an den Platz angrenzenden Gebäude aufbewahrt wird. In einem städtebaulichen Wettbewerb wollten die Stadtväter Aachens vor vielen Jahren den Katschhof aufwerten und luden Architekten und Stadtplaner zu einem Wettbewerb ein. Einer der Architekten zeichnete in seinen Wettbewerbsplänen den Katschhof jedoch so, wie er immer schon war. Und auf Nachfrage der Wettbewerbskommission antwortete er, dass die Qualität des Katschhofes gerade diese Stille sei, trotz seiner Lage mitten in der Altstadt. Die städtebauliche Qualität bestünde eben in der Spannung zwischen dem belebten Marktplatz vor dem Rathaus und dem stillen Katschhof unmittelbar dahinter. Die Kommission sah das offensichtlich auch so. Zumindest hat sie dem Architekten den ersten Preis verliehen, viel Geld gespart und alles blieb so, wie es immer schon war. Auch Alexander Kritschow interessierte sich für Architektur und hatte sich 1987 an der RWTH in diesem Studiengang eingeschrieben. Ursprünglich stammte er aus Kasachstan. Er war mit seiner Familie Anfang der 80er Jahre ausgewandert und nach Ludwigsburg bei Stuttgart übersiedelt, wo die Wurzeln seiner weit verzweigten Familie lagen. Nach der Öffnung der Mauer im Jahr 1989 erlebte Ludwigsburg einen starken Zuzug von Russlanddeutschen, der dazu führte, dass dort die Grundstückspreise stark anstiegen. Der Grund hierfür war den Fachleuten lange unbekannt. Aber es lag schlichtweg daran, dass viele Deutsche, deren Groß- und Urgroßeltern nach Russland ausgewandert waren, nach zwei oder drei Generationen wieder zurück in ihre Heimat umsiedelten, sodass Wohnraum und Grundstücke eine Zeit lang knapp wurden. Pünktlich zum Beginn seines Studiums hatte Alex eine kleine Wohnung im Hirschgraben erfunden. Der Hirschgraben bildete einen Teil des inneren Rings, der dem Verlauf der heute nicht mehr vorhandenen inneren Stadtmauer folgt. Ein großer Vorteil bestand darin, dass der Templergraben mit dem Reif-Museum, in dem die Fakultät für Architektur untergebracht ist, für Alex damit in fußläufiger Nähe von seinem Wohnort lag. Gleiches galt für den Marktplatz. Ein unschätzbarer Vorteil für einen Studenten. Alex fühlte sich hier sehr wohl. Und obwohl oder vielleicht gerade weil seine Eltern fast vier Autostunden entfernt wohnten, genoss er endlich seine Selbstständigkeit und das abwechslungsreiche Studentenleben. Eines aber unterschied ihn von vielen seiner Kommilitonen. Er war vor einigen Monaten Christ geworden. Seine Familie war dem christlichen Glauben gegenüber immer schon sehr offen gewesen, aber Alex fühlte sich in den Bibelstunden, die er seit seiner frühesten Jugend besuchte oder besser gesagt besuchen musste, eher gelangweilt. In den letzten Monaten jedoch hatte sein Leben eine deutliche Wende erfahren. Er war an einem späten Abend in der Meisenfrei unterwegs, einer Kneipe in der Beethovenstraße, die im Untergeschoss eine kleine Tanzfläche betrieb. Als plötzlich die Tür aufging und einige junge Leute das Lokal und die Disco im Untergeschoss betraten. Sie verteilten Einladungen zu einem Gottesdienst und mit einem der Jungs kam Alex ins Gespräch. Plötzlich wurde alles wieder wach, was er seit seiner frühesten Jugend wusste und er fühlte zum ersten Mal in seinem Leben eine ihm unerklärliche Anziehungskraft des Evangeliums. In den folgenden Wochen besuchte er die Gottesdienste einer kleinen freikirchlichen Gemeinde in Aachen und kam zum Glauben an Jesus Christus. Seitdem war er begeistert in der Bibel und suchte all die Stellen auf, die er längst kannte, die aber jetzt erst für ihn lebendig zu werden schienen. Dass dieses Buch nicht nur sein Leben verändern würde, sondern sogar den Lauf der Weltgeschichte und dass er selbst in diesem ganzen Zusammenhang eine nicht unwesentliche Rolle spielen sollte, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. mit dem Hutten